Wie du in 24 Monaten einen Kontostand von 100.000 Euro und mehr erreichen wirst. Mehr dazu in diesem Video. Let's go! Hi, mein Name ist Konstantin Guldan. Ich bin professioneller Ausbilder für Hochpreis-Closer. Bedeutet, ich helfe ganz normalen Angestellten und Selbstständigen dabei, sich ein Nebeneinkommen aufzubauen. Von 3.000 bis 7.000 Euro im Monat und das ist mein Job. So, und heute bekommst du von mir eine richtige Value-Bomb. Das bedeutet, ich werde dir heute die exakten drei Schritte mitgeben, die du umsetzen kannst, sofort nach diesem Video, um 100.000 Euro auf dein Konto, abzüglich aller Kosten, 100.000 Euro Cash auf dein Konto zu bringen. Warum gebe ich das Wissen hier kostenlos raus? Ganz einfach, weil ich will, dass du einen grundsätzlichen Fahrplan bekommst, den du umsetzen kannst. Ob du ihn dann umsetzt oder nicht, ist komplett dir überlassen. Ich werde dir auf alle Fälle die ersten drei Schritte mitgeben. Warum sind die ersten 100.000 Euro so schwierig? Charlie Munger, der Business-Partner von Warren Buffett, hat es ziemlich geil auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die ersten 100.000 Euro Cash sind eine absolute Bitch. Warum ist das so? Ganz einfach, weil du, wenn du Stand jetzt zum Beispiel irgendwas zwischen 2.000 und 10.000 Euro beiseite hast, ja, irgendwas so in dem Dreh, dann hast du ja nichts, was du investieren kannst. Wenn du eine Million beiseite hast, ist es total einfach 100k draus zu machen. Verstehst du? Brauchst ein Jahr, legst eine Million an, 10% Rendite im Jahr, hast ein Jahr später 100.000 Euro Cash. Die Schwierigkeit ist also aus quasi dem Nichts 100.000 Euro zu generieren. Das ist extrem schwierig. Eine Million zu machen, wenn du schon 100k beiseite hast, super easy. Aber wenn du nur 2.000 bis 10.000 Euro beiseite hast, daraus 100.000 Euro zu machen, extrem schwierig. Eine Sache will ich dir aber auch mitgeben. Ich hatte zum ersten Mal einen Kontostand von 100.000 Euro, das müsste 2018 gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, Herbst 2018 war es ungefähr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwas um den Dreh. Und alter Schwede ist mir ein Stein vom Herz gefallen. Bin ich zu meiner Frau gegangen, hab ihr auf meiner Banking-App auf meinem iPhone damals den Kontostand gezeigt und hab gesagt, Baby, wir sind in Sicherheit. Wir können dreieinhalb Jahre leben. Wir sind in Sicherheit. Das war ein richtig emotionaler Moment für mich damals. Zum ersten Mal 200.000 Euro auf dem Konto hatte, hab ich nicht mal jemandem erzählt. Interessiert keine alte Sau. Die ersten 100.000 Euro sind die geilsten. Glaubt mir. Mit der Million ist es auch so. Die erste Million ist auch die geilste. Aber glaubt mir, sie ist nicht so geil wie die ersten 100.000 Euro Cash. Glaubt mir. So. Also. Deine Ausgangssituation. Jetzt legen wir mal los. Deine Ausgangssituation. Du hast dann jetzt irgendwas zwischen 2.000 und 10.000 Euro beiseite, meinetwegen. Heißt, du hast nahezu kein Kapital. Du arbeitest wahrscheinlich in einem ganz normalen Job. Oder bist ein Selbstständiger, bist vielleicht ein bisschen am strugglen, geht jeden Monat gerade so rum. Ja, kannst vielleicht alles bezahlen, aber ist halt trotzdem nicht so geil, wenn du nur 2-3k monatlich beiseite hast. So. Was ist der erste Schritt Richtung 100.000 Euro? Ganz einfach. Ich will dich da schnell hinbringen. Aber was noch viel wichtiger ist, ich will dich vor allen Dingen sicher Richtung 100.000 Euro bringen. Ja, ich will, dass du da sicher hinkommst. So. Und nicht eventuell durch Glück, Zufall, bla, bla. So. Das erste, was du machen musst, ist, du musst mal deine Ressourcen checken. Was hast du? Ja. Du hast Zeit. Du hast vielleicht ein bisschen Know-how. Du hast vielleicht irgendwie 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 Euro beiseite. Vielleicht hast du meinetwegen auch 20.000 Euro beiseite. Drauf geschissen. So. Und daraus wollen wir jetzt 100.000 Euro machen. Richtig? Gut. Wenn du schon ein eigenes Haus hast oder so oder eine eigene Wohnung, die bis zu 100k bezahlt ist, gilt nicht. Ja, du willst ja nicht dein Zuhause verkaufen. Wäre doch dumm. Ja. So. Heißt, wir müssen es jetzt schaffen, aus diesen Ressourcen 100.000 Euro zu machen. Jetzt klären wir das einfach mal. Angenommen, du hast 2.000 bis 10k beiseite. Die könntest du zum Beispiel investieren. Ja, stimmt. Worin investieren? Aktien, Krypto, Shitcoin, irgendwie sowas. Ja, gut, kannst du machen. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich dein Geld verzehnfacht, wenn du 10k beiseite hast in zwei Jahren? Naja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ niedrig. Plus, es ist halt einfach Gambling. Da kannst du auch genauso gut ins Casino gehen. Macht also keinen Sinn, weil nochmal, wir wollen da nicht nur schnell hin, sondern wir wollen sicher hin. Du könntest ein eigenes Business gründen. Ja, schon. Nur 90% der Businesses scheitern innerhalb der ersten 24 Monate. Gehen also bankrott, müssen Insolvenz anmelden. Ich will nicht, dass du 90% Wahrscheinlichkeit hast zu scheitern. Ich will, dass du 100% Wahrscheinlichkeit hast zu siegen. Heißt, das Einzige, was dir noch übrig bleibt, ist deine Zeit. Richtig? Gut. So, das heißt, du musst Schritt 2 eine dieser Ressourcen bündeln. Und diese Ressource ist Zeit. Die hast du ja. Ja, du hast 24 Stunden am Tag. Meinetwegen, wenn du aktuell einen Job hast, ja, du arbeitest meinetwegen 8 bis 10 Stunden am Tag, dann bleiben dir noch 14 Stunden übrig. 8 davon musst du schlafen. Also bleiben dir noch 6 Stunden übrig. Heißt, du hast jeden Tag 6 Stunden Zeit. Gut. Perfekt. Diese 6 Stunden kannst du jetzt also nutzen, um auf 100.000 Euro zu kommen, wenn man aktuell nichts hat. Und man hat nichts, wenn man nur 2 bis 10k beiseite hat. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als Zeit gegen Geld zu tauschen. Auf die Idee bist du wahrscheinlich auch schon gekommen. Dir ist wahrscheinlich auch schon aufgefallen, ja, alles schön und gut, Konstantin, aber ich verdiene aktuell 3k im Monat. Es dauert länger als 2 Jahre, bis ich mir 100.000 Euro beiseite gespart habe. Hast du absolut recht. Das Einzige, was wir also machen können, ist, deine Zeit wertvoller zu machen. Ja, dass Menschen zum Beispiel bereit sind, dir für deine Zeit mehr und mehr Geld zu bezahlen, als jetzt. Aktuell hast du wahrscheinlich einen Stundenlohn, irgendwas zwischen 12 und 20 Euro. Ja gut, da kannst du lange arbeiten, bis du 100k beiseite hast. Heißt, wir müssen deine Zeit wertvoller machen. Das ist also der zweite Schritt. Deine Zeit muss wertvoller werden. Wie wird deine Zeit wertvoller? Naja, indem du eine wertvolle Fähigkeit lernst, wie quasi ein Videospielcharakter, den du aufs nächste Level anhebst, ja. Ich weiß nicht, ob du Videospielaffin bist. Ich nicht, aber so stelle ich es mir ungefähr vor. So, du brauchst einfach ein neues Level von deinem Videospielcharakter, weil dann kann der mehr Sachen. Und mit unseren Menschen, mit unserer Zeit ist es auch so, je besser unsere Fähigkeiten sind, desto besser bezahlt werden wir. Okay? Du musst also, man nennt das Ganze auch Hochpreisfähigkeit. Du musst eine Hochpreisfähigkeit lernen. Ich gebe dir gleich eine Idee mit. Ich lasse jetzt nur einfach mal so im Raum stehen. Weil welche Hochpreisfähigkeit du lernst, ganz ehrlich, ist völlig Bums, ja. Wichtig ist, dass du eine lernst, weil dann ist deine Zeit wertvoller. Und der dritte Schritt ist, finde jemanden, der bereit ist oder der diese Fähigkeit von dir braucht und der bereit ist, dafür sehr, sehr viel Geld zu bezahlen, ja. Logisch. Weil dann bekommst du das Geld für deine Fähigkeit, ja, und dann kriegst du Geld. Also ziemlich viel Geld, ja. Weil ich überlege mal, stell dir mal vor, da hättest du einen Stundensatz von 300 Euro oder von 500 Euro oder meinetwegen von 1000 Euro. Da kommst du sehr, sehr viel schneller Richtung 100k. Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Also nochmal Schritt 1, mach dir deine Ressourcen klar. Bei den meisten ist es so, sie haben nur Zeit als Ressource. Schritt 2, sorg dafür eine hochpreisige Fähigkeit zu lernen, damit deine Zeit wertvoller ist. Und fang an, deine wertvolle Fähigkeit, deine Zeit gegen Geld zu tauschen. Drittens, finde jemanden, der diese Fähigkeit von dir benötigt und dir dafür Geld gibt. So. Jetzt machen wir es mal konkret. Die einfachste Fähigkeit, die man lernen kann für die ersten 100.000 Euro, ist Hochpreis-Closing. Hochpreis-Closing bedeutet, dass du in der Lage bist, Beratungsgespräche mit Interessenten zu führen, die sich gerne ein Coaching oder eine Online-Dienstleistung kaufen möchten. und dass du lernst, diesen Interessenten das Angebot zu verkaufen. Und zwar so, dass am Ende alle Parteien glücklich sind. Ja, ich meine jetzt nicht mit Drückerkolonne oder irgendeinem Quatsch, sondern bedarfsgerechtes Verkaufen. Das ist was, wenn du lernst, das bringt dich auf 100.000 Euro. Denn die gefragteste Fähigkeit im 21. Jahrhundert ist Verkaufen. Und sonst gar nichts. Kommen wir mal zum dritten Schritt. Ja, also Schritt 2, du musst verkaufen lernen. Wenn du verkaufen kannst, ja, Verkäufer, guck dich mal in jedem Unternehmen um. Außer bei Edeka oder Aldi, das sind keine Verkäufer. Guck dich mal in jeder Firma um. Da sind immer die Verkäufer die Leute, die am besten bezahlt werden. Immer. Die verdienen mehr als der Geschäftsführer. In meiner alten Firma hat meine Verkäuferin mehr Geld verdient als ich. Ja, obwohl es meine Firma war. So, drittens, finde jemanden, der bereit ist, dir für diese Fähigkeit, also für die Fähigkeit des Verkaufens, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen. Dass du deine magische Fähigkeit immer wieder für ihn oder für sie anwendest. Wer ist bereit, Geld für Verkäufer zu bezahlen? Naja, Firmen. Frag 8 von 10 Firmen. Frag 10 Firmen, ja. Frag 10 Firmen, ob sie einen guten Verkäufer suchen. 8 davon werden Ja sagen. Teste es, wenn du möchtest. So, und dann lass dich von diesen Firmen bezahlen. Und so schaffst du es locker, locker, innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren, den Vermögen von 100.000 Euro aufzubauen. Locker. So, konkret, wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, und ich empfehle dir definitiv Unterstützung. Glaubt mir. Ich habe die ersten 100.000 Euro auch nicht ohne Unterstützung geschafft übrigens. Ich hatte auch einen Mentor. Ja, sonst würde ich wahrscheinlich heute noch irgendwie bei 20k rumkrebsen. Wenn dich das Ganze interessiert und du sagst, hey, ich möchte das Hochpreis-Closen gerne lernen. Ich möchte auch gerne einen Partner finden, an den ich zum Beispiel vermittelt werde, weil das machen wir ja hier. Ja, die Leute, die bei uns in der Hochpreis-Close-Ausbildung sind, die diesen Weg, den ich jetzt gerade beschrieben habe, die den gehen wollen, sind bei uns in der Ausbildung, werden anschließend an einen Partner von uns vermittelt, wo wir wissen, dass der Partner gute Verkäufer sucht. Ja, und dann verdienen die halt locker mal 3.000 bis 7.000 Euro im Monat. Zusätzlich neben Hauptjob. Ganz, ganz wichtig. Neben dem Hauptjob. Ja, und wenn du das Geld beiseite legst, dann kommst du locker in zwei Jahren auf die 100.000 Euro, wenn dich das Ganze interessiert. Dann klicke jetzt auf diesen Link hier, hochpreis-closer.de. Trag dich dort ein für einen kostenlosen Beratungstermin. Ich freue mich mega, dich kennenzulernen. Wir gucken einfach mal, wie wir das in deiner Situation konkret umsetzen können und sorgen dafür, dass du innerhalb der nächsten 24 Monate dir ein Vermögen aufbaust von 100.000 Euro plus Cash in the Bank, okay? Nach Steuern. Ganz, ganz wichtig. Netto. So, geh auf hochpreis-closer.de. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Verbleib mit besten Grüßen. Bis zum nächsten Video. Dein Konstantin. Servus. Ciao.